Ja, meine Damen und Herren, willkommen hier live im Wohnzimmer von SabrinaTV Channel 1 und wir berichten hier live aus dem Senderstudio mit Kamera, Computer und Zubehör. Ja, meine Damen und Herren, gerade wie Sie sehen, läuft unser Fernsehprogramm. Unser Fernsehprogramm auf SabrinaTV Channel 1 und so wie Sie das hier erkennen können, ist das hier unser Senderstudio. Unser Senderstudio ist natürlich spontanisch klein eingerichtet, aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein recht kompetentes, kleines, gemütliches Fernsehstudio, wo wir die ganzen Filme und Videos und alles drinnen aufnehmen und behandeln und beachten. Na gut, soviel zu unserem Sender und so stellen wir uns vor. Wir sind der SabrinaTV Channel 1 Sender und der ein überregionaler Sender in Bremerhaven und machen natürlich viel News und viel Berichterstattung über den Alltag und über die Sachen, die Polizei und Feuerwehr tagtäglich auch zu tun haben und müssen mal schauen, was wir so alles zusammenkriegen und erhalten und Ihnen dann präsentieren dürfen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank.